Hey Leute, heute mal wieder mit einem kleinen Review und zwar geht es um die ähm ähm das neue Manual Pad äh was sehr wichtig ist also halt von Funkramp Industries und zwar sieht es so aus hier vorne sind dann so kleine Mini-Fliesen hier hinten noch Granit also normales Granit aber ja also so zum normal Grinden und so alles das Sliden wie auch immer ja so vorne sind halt hier diese Mini-Fliesen meiner Meinung nach finde ich wirklich sehr cool ähm fährt sich auch richtig cool und ja äh also die sind richtig glatt also ich habe den noch ein bisschen eingewachst und es fährt sich wirklich richtig toll und ähm ich würde die auch also ich kann die nur ja klingt ganz blöd aber ich muss wirklich sagen es ist wirklich ganz cool geworden wollt ihr mir mal zeigen und ja ich hoffe die gefällt euch ihr könnt mich halt fragen also wenn ihr so ein Teil haben wollt schreibt mich an ähm ihr könnt auch sagen welche Fliesenfarbe ihr wollt also es gibt da solche orange und so alles also halt schwarz-weiß, grau, blau und so alles naja das war es halt erstmal ich hoffe das Video hat euch gefallen dann halt 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 dann 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 Vielen Dank.